Das sieht schon gut aus. Das ist der Garten. Wir haben sogar einen Orangenbaum hier. Die sehen noch besser aus. Einfach mal ein Schnapper. Voll gut. Wie geil. Junge. Hier sind Kirschen. Hier sind Kirschen einfach. Hier kommst du rein. Hier ist ein Büro. Genau so sieht das hier aus. Hier ist ein richtiger Sultan. Das war richtig schön. Genau, du kommst hier hoch. Da kann man so runter gucken. Dann ist hier das Badezimmer und dann kommst du hier rein und da ist mein Zimmer. Und dann läufst du hier so hoch. Ich weiß nicht was das ist. Hier ist noch ein Zimmer und ah fuck, falsche Richtung. Genau, hier ist auch noch ein Zimmer. Ich bin hier am Schlafen und morgen früh zeige ich dir mal die Aussicht. Das Teil ist auch ganz witzig. Du kannst hier an dem Teil drehen. Dann musst du hier nochmal. Genau. Oh, da kommt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Irgendwie funktioniert das nicht. Jetztidos. Das ist das. Bedeutung. Ich bin hierher Mal. Du kannst da sein. Leby. Untertitelung des ZDF, 2020